Gute Bewegung, Stay. Er hat die Position eigentlich dreht. Köln. Oh, Tor! 0-1. 24. Minute. Wenn wir die Abseitsnummer mal ausklammern, ist das der erste Torabschluss. Also ein Musterbeispiel an Effizienz der SV Werder Bremen. In diesen ersten 24 Minuten. Aber toller Angriff von hinten heraus kombiniert, dann Stay. Gutes Dribbling hier, das macht er gut. Verschafft sich gut den Vorteil. Dann die linke Seite offen, dann die rechte Abwehrseite Pauliano offen. Zu zentral. Aber jetzt Dutsch. Dutsch! Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. 0 zu 2. 54. Minute. Elgestein verpasst auf der einen Seite und praktisch im Gegenzug. Ja, aber das ist schlecht verteidigt.